Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Advanced Warfare Video. Heute geht's so ein bisschen um den Co-Op-Modus von Call of Duty AB. Michael Cointry, der Co-Founder von Sledgehammer Games, hat dazu nämlich so ein kleines Teaser-Bild veröffentlicht. Und zwar war die ganze Sache so, dass einer der Call of Duty-Fans ihn angetwittert hat und gemeint hat, du solltest auszusehen ein sehr verschwommenes Bild von Call of Duty AB posten. Und Michael Cointry hat daraufhin geantwortet, okay, ups, und hat eben das Bild, was ihr jetzt im Hintergrund seht, veröffentlicht. Das heißt, letztendlich sehen wir hier ein Bild aus dem Co-Op-Modus, leider natürlich sehr, sehr stark verschwommen. Man erkennt so ein bisschen was, man kann aber nicht wirklich hundertprozentig sagen, was man dort sieht. Erstmal sieht man in der Mitte diese drei Dinger. Das könnten zum einen irgendwie so Sitze sein, auf denen irgendwie Cyborgs sitzen zum Beispiel. Das könnte aber auch irgendwas komplett anderes sein und vielleicht ist das einfach ein ganz normaler Serverraum. Falls dort aber Cyborgs sitzen, könnte es zum einen irgendwie eine Aufladestation sein oder die Umwandlungsstation. Also, dass hier vielleicht erstmal Menschen drauf gesetzt werden, die fahren dann irgendwie zurück, werden zu Cyborgs gemacht und fahren dort wieder raus. Ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher. Man sieht dann hier außerdem links oben so ein bisschen Schrift und das bedeutet, die ganze Sache könnte entweder das Startbild sein. Das heißt, dass man hier eben den Co-Op-Modus starten kann und dass das eben das Bild ist, was halt einfach im Menü angezeigt wird. Es könnte aber natürlich auch sein, dass die ganze Sache hier vielleicht einfach gerade eine Cutscene ist und dass man hier eben gerade ein Video geschaut hat und dann pausiert hat. Und dass das eben das Pause-Menü ist und dass man dort eben das Menü wieder verlassen kann bei einem Knopf, dass man das Spiel beenden kann und so weiter. Das heißt, beides ist auf jeden Fall möglich. Ich habe mir natürlich auch die Schrift angeschaut und habe da geguckt, ob ich irgendwas erkennen kann. Und ich muss sagen, ich kann da nichts erkennen. Im Netz meinen einige, dass sie dort Survival lesen können ganz oben oder auch Cyborgs. Ich muss aber sagen, ich sehe da wirklich gar nichts. Auch wenn ich so ein bisschen weiter zurückgehe, was die ganze Sache nochmal so ein bisschen klarer macht, sage ich jetzt mal. Das sieht man dann vielleicht doch so ein bisschen mehr vom Gefühl her. Allerdings kann ich dann auch immer noch nichts erkennen und habe wirklich keine Idee, was dort oben steht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr seht. Das heißt, was seht ihr auf diesem Bild? Sehen wir hier vielleicht nur Cyborgs, weil wir die ganze Zeit in der Vergangenheit was von Cyborgs gehört haben? Oder sind es wirklich Cyborgs? Ich weiß es nicht sicher. Meine Idee war jetzt vielleicht, dass wir das Bild einfach mal Leuten zeigen, die eben nichts mit Call of Duty zu tun haben und die mal fragen, was die sehen. Das werde ich jetzt auch in der nächsten Zeit machen. Ich werde dann vielleicht einen Facebook-Post mal veröffentlichen. Und ihr könnt das Ganze ja auch machen und könnt dann mal euer Ergebnis in die Kommentare schreiben. Ganz allgemein muss ich allerdings sagen, dass das Bild auf jeden Fall eine ganz coole Atmosphäre hat. Das heißt, von den Lichtverhältnissen sieht es so ein bisschen nach düsteren Gängen aus, irgendwelche Servergänge. Und da habe ich auf jeden Fall Bock, muss ich sagen. Das heißt, als Setting würde mir das ganz gut gefallen, als so Überlebensmodus gegen Cyborgs oder eben gegen irgendwelche anderen Gegner. Das war es jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen Call of Duty ja weh sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.